Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über die Halbleiterkorrektur, Cathie Woods' GPU-Prognose und Neues zu Reddit. Im Thema des Tages geht es um den wahren Grund der Bitcoin- und Gold-Rallye und in unserer Triple-E-D geht es um die Rüstungstitel mit Nachholpotenzial. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Nando Sommerfeld und Daniel Eckert aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte Heute ist Montag, der 11. März und wir wünschen euch einen frischen Start in den Tag und die neue Woche. Ein frisches Allzeithoch hat am Wochenende der Bitcoin gemacht. Am Sonntag wurden auf diversen Marktplätzen knapp 70.000 Dollar für eine Münze bezahlt. Und damit hat die wichtigste Kryptowährung seit Jahresanfang fast zwei Drittel an Wert gewonnen. Dazu noch gleich mehr im Thema des Tages. Kein neues Rekordhoch hat der DAX geschafft. Am Freitag ging der Deutsche Leitindex bei 17.815 Punkten aus dem Handel. Immerhin war das aber der zweithöchste jemals erreichte Schlussstand. Und das ist ein Plus von 6,3 Prozent seit Jahresanfang. Und das kann sich definitiv sehen lassen. Zum Vergleich, der US-Leitindex Standard & Poor's 500, der S&P 500, der steht 2024 knapp 9 Prozent im Plus. Zumindest, wenn man es in Euro umrechnet und die Dividenden mit einbezieht. Und dass es nur 9 Prozent sind und nicht mehr, das liegt an einem recht scharfen Rücksetzer am Freitagabend unserer Zeit. Größter Verlierer war da im S&P 500 der Costco Wholesale-Einzelhändler mit einem Minus von 7,6 Prozent. Die größte Belastung für den Index ging aber von den Tech-Werten aus. Ihr könnt es euch denken, dass über das 5,5-prozentige Minus für Nvidia haben wir ja schon in der Wochenendfolge gesprochen. Ja, und der Chip-Hersteller Broadcom sah sogar einen noch stärkeren Abverkauf. Minus 7 Prozent ging es da nach unten. Auf 1.309 Dollar kostet die Aktie. Ja, Grund oder ein Grund könnten auch Äußerungen von Kathy Woods sein. Die Staff-Fondsmanagerin, die hat von einer Korrektur bei Halbleiterwerten gewarnt, weil sie weist darauf hin, dass die Knappheit bei den GPUs, das sind ja die wichtigen Komponenten für KI-Anwendungen wie etwa ChatGPT, die habe etwas abgenommen. Die Wartezeit für die Lieferung solcher GPUs, also dieser Komponenten, entwickelte sich in Richtung drei bis vier Monate. Und bisher waren das wohl so acht bis elf Monate. Das ist schon ein deutlicher Unterschied. Ja, sie hat zwar auch gesagt, dass damit der Chip-Zyklus noch nicht zu Ende ist, aber angesichts einer Korrekturwarnung von Kathy Wood wundert man sich da nicht über die Abschläge beim Nestle Composite mit seinen ganzen Tech- und Wachstumswerten. Der war deutlich stärker im Minus als der S&P 500. Am Ende stand da nämlich minus 0,2 Prozent auf 16.085 Stellen. Und dazu passte dann auch, dass bei uns im DAX Infineon Technologies zu den größten Verlierern zählte. Da ging es 1,7 Prozent nach unten auf 34,30 Euro. Gefragt war dagegen Simrise, der Aroma- und Duftstoff-Spezialist. Der baute seine Vortagsgewinne aus. Anlass ist unter anderem eine Kaufempfehlung von JP Morgan nach passablenen Zahlen und einer Dividendenerhöhung. Und dann wurde am Sonntag noch die wahrscheinliche Preisspanne für die Reddit-Aktien bekannt. Laut Bloomberg sollen die Titel für 31 bis 34 Dollar kommen. Ja, und die Social-Media-Firma wäre damit so mit 6,5 Milliarden Dollar bewertet. Und das Reddit-IPO, wenn ihr jetzt fragt, wann kommt das? Naja, so ganz genau weiß man das noch nicht. Auf jeden Fall in den nächsten Wochen. Und wenn wir schon nach vorne schauen, dann schauen wir natürlich auch auf die Termine in dieser Woche. Und da gibt es ja doch noch einige, auch wenn so die ganze große Quartalzahlen-Events eher abnehmen. Heute kommen die Quartalzahlen aber von Oracle. Das ist natürlich auch ein großer Laden. Dienstag dann von Porsche, Mittwoch Inditex, Adidas, Dollar Tree und Volkswagen. Da gab es ja schon die vorläufigen, aber dann kommen jetzt die offiziellen Zahlen. Und am Donnerstag dann Adobe, RWE, Rheinmetall und Dollar General. Und von der Konjunkturseite erwarten uns die immer viel beachtet, nur als Inflationszahlen am Dienstag. Und dann gibt es noch ganz viele Daten am Freitag, dem 15. März. Oh, 15. März, Nando, das sind die Iden des März. Da habe ich immer ein bisschen Angst. Ja, mal schauen, ob zurecht. Wir beobachten ja gerade eine beeindruckende Rekordjagd an den Märkten und sprachen darüber. Dabei geht es ja fast unter, zumindest geht es mir so, dass wir gerade noch zwei andere Allzeithochs als an den Börsen, an den Aktienmärkten erleben. Die 70.000 Dollar beim Bitcoin haben wir gerade schon kurz erwähnt. Und dann haben wir auch noch das Gold. Die Fallenunze ist mit derzeit knapp 2.200 Dollar auch so teuer wie noch nie. Ja, viele sprechen an dieser Stelle von Gier, FOMO oder auch von einer sogenannten Alles-Rally. Allerdings signalisieren die Märkte mit der Rekordjagd auf diese beiden Anti-Währungen noch etwas anderes. Nämlich, dass das Vertrauen in die Weltwährung Dollar zunehmend leidet. Der Aufwärtstrend bei Gold und Bitcoin scheint Teil einer breiteren internationalen Bewegung zu sein, die manchmal auch De-Dollarisierung genannt wird. Das bedeutet, Notenbanken und große Investoren wollen ihre Abhängigkeit vom amerikanischen Dollar reduzieren. Ja, und ein Grund für dieses Verhalten ist die Tatsache, dass die Verschuldung in den USA von Rekord zu Rekord eilt. Und damit steigt eben auch das Risiko, dass der Dollar langfristig Anwert verliert. Und die Zahlen sind tatsächlich alarmierend. Ich meine, wir wissen alle, dass die sehr, sehr, sehr stark verschuldet sind. Aber das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Zuletzt sind die Verbindlichkeiten in den USA auf 34,5 Billionen Dollar gestiegen. Vor zehn Jahren war die Verschuldung erst halb so hoch. Und mehr als ein Drittel der US-Verbindlichkeiten wird im nächsten Jahr fällig, was ja dann zu höheren Zinssätzen führt und die Schuldenlast allein durch höhere Zinsausgaben noch mal deutlich erhöht. Und dann droht ja auch noch Donald Trump. In einem Jahr könnte er Präsident sein, was zusätzliche Unsicherheit schürt. Niemand vermag abzuschätzen, ob Trump im Kampf um America First auch den Dollar als politische Waffe nutzt. Was das bedeuten kann, zeigt ein Blick zurück auf das Jahr 2022. Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine hatte der Westen die Vormachtstellung von Dollar und Euro genutzt, um gegen einige Länder Wirtschaftssanktionen zu verhängen. Russlands Dollar- und Euroanlagen wurden eingefroren, Moskau vom Zahlungssystem SWIFT ausgeschlossen. Aus Angst, jedenfalls genauso sanktioniert zu werden, hat sich China vom Großteil seiner Dollaranleihen getrennt. China und Russland haben sich dann an die Spitze der Anti-Dollar-Bewegung gestellt. Aber auch andere Länder haben Goldreserven aufgestockt. Überhaupt kann gesagt werden, Notenbanken rund um die Welt haben ihre Goldreserven in den letzten Monaten und Jahren erhöht. Seit 2022 wurde der weltweite Goldschatz um 20 Millionen Unzen aufgestockt. Und auffällig ist dabei auch, Privatanleger haben eher ihre Bestände reduziert. Diese privaten Anleger scheinen sich eher auf Bitcoin zu stürzen, das häufig auch das digitale Gold genannt wird. Die Zuflüsse in die Bitcoin-Index-Fonds sind massiv. Seitdem die amerikanische Börsenaufsicht SEC Mitte Januar Spot ETFs zugelassen hat, sind in diese Vehikel zweistellige Milliardenbeträge geflossen. Die beiden größten Bitcoin-Fonds von BlackRock und Fidelity verwalten inzwischen ein Volumen von 21,3 Milliarden Dollar. Eine riesige Summe. In so kurzer Zeit muss man schon sagen, wenn ihr den Effekt der De-Dollarisierung nutzen wollt, könnt ihr dies natürlich über Sparpläne machen. Beispielsweise mit Xetra Gold oder dem CoinShares Physical Bitcoin lassen sich monatlich Sparpläne besparen. Und wer seit der Jahrtausendwende jeden Monat 100 Euro in einen Gold-Sparplan gesteckt hätte, hätte aus den eingezahlten 29.000 Euro insgesamt fast 86.000 Euro gemacht. Und das entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Rendite von 8 Prozent. Für ein Anlagevehikel, das eigentlich als Absicherung gegen politische und monetäre Unbilden fungiert, ist das ziemlich gut. Ein Sparplan auf Gold kann also durchaus mit Aktiensparplänen mithalten. Noch spektakulärer wäre ein Sparplan auf den Bitcoin in den vergangenen zehn Jahren ausgefallen. Und erst in dieser Zeit, also ungefähr so 2013, konnte man ja ohne Probleme als Privater in Kryptowährungen investieren. Und hier wären aus eingezahlten 12.000 Euro insgesamt 732.000 Euro geworden. Das entspricht einer annualisierten Rendite von 79 Prozent. Sicher oder wahrscheinlich lassen sich solche Renditen nicht wiederholen. Und das Bitcoin-Investment eignet sich ja auch nur für sehr risikofreude Anleger. Das sagen wir immer wieder, die auch einen Totalverlust im Zweifel verschmerzen können. Und doch wie gesagt, es geht hier nicht allein um möglichst hohe Renditen, es geht auch um Optionen, einer möglichen Erosion des Dollar entgegenzuwirken. Die AAA-Idee des Tages. Die größten Gewinner am deutschen Aktienmarkt, sieht man jetzt mal von dem Übernahmekandidaten Morphosis ab. Die stammen dieses Jahr alle aus dem Rüstungssektor. Rheinmetall steht fast um die Hälfte höher als zu Jahresanfang. Hinsold und Renk rupt so um die 40 Prozent. Beziehungsweise bei Renk 40 Prozent höher als zum Börsengang. Ja und auch im europäischen Ausland gehören Unternehmen aus dem Defense-Sektor zu den großen Gewinnern. An dem amerikanischen Markt, da hingegen ist Verteidigung dieses Jahr längst nicht so gut gelaufen. Ja, warum das so ist, scheint klar. Russlands Invasion in der Ukraine, die zuletzt wieder Boden gewonnen hat, zeigt den Europäern, wie verwundbar sie militärisch sind. Geschärft wird das Bewusstsein durch die steigende Wahrscheinlichkeit eines Präsidenten Donald Trump. Der designierte republikanische Kandidat hat durch die Äußerungen oder hat durch seine Äußerungen ja schon unmissverständlich klar gemacht, dass er NATO-Ländern keinen Schutz bieten würde. Zumindest keinen, die aus seiner Sicht einen zu geringen Beitrag leisten würden. Ja, Trump hat da ja auch einen wunden Punkt berührt. Von den jetzt 32 NATO-Ländern erreichen dieses Jahr nur 18, diese selbst gesetzte Marke, 2 Prozent des BIP, für Verteidigung auszugeben. Ja und unter den Ländern, die dahinter zurückbleiben, befinden sich auch große europäische Staaten wie Italien und Spanien. Deutschland wird dieses Jahr das 2-Prozent-Ziel mit Mühe und Not erreichen, dank des Sondervermögens. Aber damit es auch langfristig klappt, sind erhebliche Investitionen in die Bundeswehr erforderlich. Und wie wir gesehen haben, sind wir da in Europa nicht die einzigen. Ja und das ist mit Davos, mit der Münchner Sicherheitstagung und mit den Trump-Äußerungen dieses Jahr vielen offenbar geworden. Deshalb sind europäische Verteidigungsfirmen 2024 Outperformer. Und grundsätzlich geben die USA natürlich viel mehr für Verteidigung aus als ihre europäischen Partner, auch in absoluten Zahlen, aber auch gemessen am BIP. Dieses Jahr sind viele Rüstungswerte trotz der angespannten Weltlage aber nicht so gut gelaufen, vor allem verglichen mit dem Rest des Marktes, zum Beispiel Tech. Ja und manche Analysten, die sehen da jetzt aber Nachholpotenzial. Ja, aber warum ist der amerikanische Rüstungssektor nicht so gut gelaufen? Ja, das liegt zum einen an Trump, was der Casino-Betreiber im Blick aufs Militär macht. Wenn er zum zweiten Mal Präsident wird, ist das schwer abzuschätzen. Aber wenn sich die USA unter Trump als Weltpolizist verabschieden, dann will er vielleicht gar nicht mehr so viel Geld in Rüstung investieren. Und da Trump ja auch Steuern sparen will, hätte der Staat dann weniger Einnahmen zur Verfügung und müsste das auf Pump finanzieren. Ja, die enorme Staatsverstöhnung, wir hatten es ja gerade von 34,5 Billionen Dollar und die nicht mehr ganz niedrigen Zinsen machen das nicht eben leichter. Zugleich muss man sagen, auch die USA müssten dringend in ihr Militär investieren, um ihre Kapazitäten zu modernisieren. Die Aussagen, die Ausgaben sollen dieses Jahr mit 886 Milliarden Dollar zwar enorm sein, mehr als zehnmal so viel wie Deutschland inklusive Sondervermögen. Allerdings kommen einige Waffensysteme ja durchaus in die Jahre und Experten stellen unter anderem die Frage, ob für einen großen Konflikt in der Zukunft überhaupt noch genügend moderne Kampfjets mit den erforderlichen Fähigkeiten vorhanden sind. Die Strategen der Bank of America haben sich diesen Bereich mal angeschaut und sehen Hinweise darauf, dass die USA gar nicht umhinkommen, neue Flugzeugtypen zu entwickeln. Da geht es um Jets der sogenannten sechsten Generation. Die sollen die Schwächen der aktuellen fünften Generation ausbügeln. Sie sollen zum Beispiel aber eine größere Reichweite und Tarn-Eigenschaften verfügen, aber auch permanent mit Begleitflugkörpern zu Drohnen interagieren. Und es tut sich schon was. Für die Entwicklung der neuen Kampfjets hat das amerikanische Verteidigungsministerium laut Bank of America allein dieses Jahr 4,4 Milliarden Dollar vorgesehen. Ja, das sind jetzt allerdings erstmal nur die Entwicklungskosten. Diese Jets der sechsten Generation sollen mittelfristig dann die F-22-Kampfflugzeuge und ältere Modelle der F-35 mit ihren eher geringen Reichweiten ersetzen. Und die 4,4 Milliarden für die Entwicklung wären dann wirklich nur der Anfang. Die Experten sehen da ein zusätzliches Marktvolumen von mehr als 15 Milliarden US-Dollar. Und das ist nur ein Aspekt der notwendigen Modernisierung. Geht es nach dem US-Militär? Da sollen gleich 30 neue Investitionsprogramme für notwendige Fähigkeiten im 21. Jahrhundert gestartet werden. Ja, und laut Bank of America-Experte Ron Epstein geht es da nicht zuletzt um die Verbesserung der Fähigkeiten im Bereich der Aufklärung und der Cybersicherheit. Schaut man auf die Börsenunternehmen, könnten da Partner des Verteidigungsministeriums profitieren. Darunter findet sich der Name Palantir, aber auch CACI International, Booth, Allen Helmmittel und Leiders. Das sind ja Software- und Consulting-Unternehmen, die spezielle Fähigkeiten im Sicherheitsbereich einbringen. Aber auch ohne neues Gerät wird es in den USA nicht gehen. Der klassische Verteidigungssektor handelt in den USA aktuell mit einem deutlichen Bewertungsabschlag zum S&P 500. Das ist eher ungewöhnlich. Wenn die Investitionen in die Luftverteidigung aber beschlossen werden, könnten die Technologieführer in dem Bereich bald Auftrieb bekommen. Und für gut positioniert hätte die Bank of America Lockheed Martin. Ja, klar, das ist der Klassiker. Das ist ja der Hauptfertiger der F-35-Jets. Dann RTX, das ist die frühere Raytheon, die das Patriot-System bauen. Und Northrop Grumman auch. Northrop ist führend im Bereich der Stealth-Technology, wie sie zum Beispiel beim B-2 Spirit-Bomber Anwendung findet. Und es geht nicht nur um Flugzeuge. Auch General Dynamics, die unter anderem den Abrams-Panzer herstellen, wird da immer wieder genannt. General Dynamics, die stehen auch für Kriegsschiffe und U-Boote. Und obwohl General Dynamics einer der wichtigsten Lieferanten für das US-Militär ist, gilt auch hier, während Rheinmetall in Deutschland sehr viel höher steht als vor einem Jahr, hat der Börsenwert von General Dynamics nur etwa 6% zugelegt. Lockheed und Northrop notieren auf 12 Monate sich sogar im Minus. Rein optisch gibt es bei den US-Österungsriesen also ein großes Aufholpotenzial. Aufholpotenzial? Aber wie gesagt, am Ende hängt das an politischen Entscheidungen. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Deshalb schreibt uns eine Mail an aaa-at-welt.de oder hinterlasst uns eine Bewertung. Und Udo lobt die Samstagsfolge mit Joachim Goldberg und er schreibt, so offensichtlich Börsenpsychologie zu sein scheint, es ist wichtig, sie sich immer wieder vor Augen zu führen bzw. in die Ohren zu führen. Allerdings sind bei ihm noch ein paar Fragen offen geblieben. Er schreibt auch, wenn man immer wieder dieselben Fehler macht und dies auch genau weiß, wie schafft man es denn, aus diesem Zustand herauszukommen, will er zum Beispiel wissen. Und konkrete Psychotricks auf Basis wissenschaftlicher Forschung haben auch andere Hörer vermisst. Ja, Corinna stört sich daran, dass wir über das Thema Frauen und Geldanlage gesprochen haben. In dem Sinne will sie eine kritische Anmerkung als Frau machen. Was sollte dieser Hinweis, dass Männer als Familienväter ein großes Vermögen verwalten und dass dies einen Unterschied zu den kleinen Vermögen der Frauen macht? Das gehört ja wohl ins letzte Jahrhundert, schreibt sie. Und Birgit will generell mehr weibliche Gäste. Bei euch gibt es zu wenige Frauen, schreibt sie. Letztes Jahr wolltet ihr angeblich mehr Frauen einladen, aber wie viele waren es? Zwei. Ihr solltet keine Männer mehr einladen, die schon öfter da waren als die Zahl der Frauen in diesem Jahr, so ihr Vorschlag. Birgit, wir werden uns bemühen. Ob Börsenpsychologie oder Geschlechterfinanzen, das wollt ihr alles nicht verpassen. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Wir hören uns dann morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Wir hören uns dann, 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 wo es Podcasts gibt.